Und recht herzlich willkommen zu Klaus Schneider hat es auf jeden Fall unterschrieben Wer auch immer dieser Klaus Schneider ist Ach Gott, das waren Lichter da hinten Und ich habe gedacht, da kommen jetzt zwei Augen Da spielt die Fantasy auch schon manchmal Schon in Spielen streiche Ach, guck an Scheint wohl ein deutscher Bunker gewesen zu sein Boah, äh, äh So viel Text Was zur Hölle? Oh, cool Sogar eine Szene Da ist auch nochmal eine Tür Soll ich sie wirklich öffnen? Oh Da habe ich doch was gefunden Oh Ist das ein Bug? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet Ähm Scheibenkleister Habe ich das Spiel jetzt kaputt gemacht? Ich sollte es lassen, Alphas zu spielen Ich finde nichts mehr Nein, ich habe das Spiel kaputt gemacht Und ich kann auch nichts sehen Rein gar nichts sehen Only if Oh Party? Also ich höre hier ziemlich deftige Party Musik Kann ganz dumm sein Dass ich Hehe Eventuell die Musik hier Vom Spiel Wegschalten muss Ich meine, die Musik ist cool Aber Wenn ich einen Content-ID-Treffer kriege Ist Nicht so cool, ne? Kennt man ja War wild die Nacht Sieht gut aus Hehe Aber hallo Offensichtlich ein Anime-Fan hier Ganz gewaltiger Kunstliebhaber Hehe So und Böh Was War das jetzt? Ist ein Flugzeug hier abgestürzt? Hehehe Eine Minute, um einen Schlüssel zu finden Wo ist ein Schlüssel? Hallo Schlüssel Das werde ich nicht schaffen Dazu bin ich jetzt zu panisch Um einen Schlüssel zu finden Hallo Da Taktik-T Juhu Ich habe den Schlüssel Ich habe den Schlüssel Ich habe den Schlüssel Was? Tatsache geht mit Ehe. Ähm, okay, das war jetzt, äh, sehr seltsam. Nun ja, was soll's? Was, 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 was? Was war das jetzt schon wieder? Und der Kühlschrank ist... Was ist das für eine Geräuschkulisse? Jetzt raus hier, raus aus der Küche. Ich hab die Nase voll. Junge, was ist das? Was ist das? Wow, es ist weg. Es ist weg von der Wand. Michael Jackson Gedächtnis. Hier ist Michael Jacksons Grab, eindeutig. Wenn ihr wissen wollt, wo er beerdigt ist, dann ist, äh... Hier spukt Michael Jackson, glaub ich. Schritte. Wow! Komm, geh wieder auf Tür. Ah, nicht mich mit wegdrücken. Rechts, links, ich entscheide mich mal jetzt. Das ist jetzt wohl ein schlechter Witz, oder? Äh... Als ob die Sicht nicht schon schwer genug ist. Es verreckt auch noch meine Taschenlampe. Ähm... Nein! 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 Was ist... Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Ey, ich hab grad mal zwei gehabt! Ja? Nochmal von vorne hier. Es ist so dunkel hier grad. Wo ist denn meine... Taste? Äh... Da geht's wieder nur zu den Zellen. Ich seh dich! Oh, er sieht mich auch. Okay, das Bild wird spiserabel. Ich renne jetzt doch mal, der kann mich mal! Äh... 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 Der ist mir dicht auf den Fersen! Ich renne nicht mehr. Das... Ist... Doch... Das ist nicht zu fassen! Ne! Kann ich nicht sitzen lassen auf mir. Einmal noch. Einmal noch! Ich lese auch gerne aufm Klo. Aber das ist jetzt eine Sache, die hat wahrscheinlich niemanden interessiert. Oh Gott! Er ist mir auf den Fersen. Und zwar ganz, ganz dicht. Langen Lulatsch, der mir auf die Pelle rückt irgendwo. Jix! Okay. Okay. Es reicht jetzt. Sanatorium. It came from the forest. Miss... Die Glockenschläge, die sind neu. Die sind sehr neu. Musste jetzt aber auch nicht sein. Ich gehe jetzt nicht da lang. Da war er gerade, da war er gerade. Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich ihn ganz kurzfristig gesehen. Also er ist doch da. Tja, ich habe mich zu früh gefreut. Ich weiß, aber... Eine Seite, eine weitere Seite. Arscheloch! Arscheloch! Du Slenderarscheloch! Die Frage ist, wo sind sie? Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende? Also Kreislaufen, kein Problem. Wir haben es mit dem Kreislauf. Also diese Person hat es ganz besonders mit dem Kreislauf, weil er hier ist außer Atem. Und er ist so unsagbar schnell, der Slendy. Da bist du, du Wichser. Ja, ja. Die letzte Seite, ich schaffe es! Erster Anlauf und ich schaffe es! Escape! Run back to the entrance! Run back to the entrance! Where is the entrance? Ich habe die Taschenlampe ausgeschaltet. Oh Mann, das ist jetzt die nächste heitere Situation. Und die Taschenlampe ist jetzt futsch! Sie geht gar nicht mehr! Ist das nicht toll? Egal! Run back to the entrance! Wenn ich die entrance finde, dann... Wow! Geile Sache! Wo ist das Ding nur? Wo ist es nur? Wo ist es nur? Das muss es sein! Hier bin ich gekommen, oder? Yes, survived! Ja, ich habe es survived! Ich survived the slender! Ich survived the slender! Ich habe es geschafft! Game complete! Das hat ja wunderbar geklappt! Yes, ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Yippie, 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 yippie! Oh Mann, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet! Ein Freudentanz! Ein Freudentanz für mich! Wahnsinn! SCP Contain Breach! So, da ist der Slenderman! Schön, wie der aussieht hier! Und Slendy schnappt sich ein! Ja! Oh! Oh, dieses Rauschen! Oh, dieses Rauschen! Was war das? Ich war schon tot? Oh mein Gott! Das war die schnellste Runde, die ich je gespielt habe! Oh, fuck! Ja! Und ich bin tierisch im Eimer! Ich komme hier nicht mehr raus! Ich werde hier eingekastet! Nee, ich bin im Eimer! Hallo Slendy! Ja! Wollen wir nicht freuen zu sein? Nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Neverending Nightmare! Okay, jetzt ist die Sicht richtig schwarz! Wir wachen schon wieder! Schöne Uhr! Oi! Nette Animation! So eine Uhr hätte ich auch gerne! Mal gespannt! Hihi! Da ist am Fenster was vorbeigeschlichen, auf jeden Fall!